Was ist die Preisunterschiede im Bereich der Augenleserchirurgie? Die Preisunterschiede im Bereich der Augenleserchirurgie kommen durch mehrere Faktoren zustande. Zum einen durch die Qualität der Beratung. Es gibt Zentren, die ausschließlich Beratungen durch Optiker durchführen. Es gibt Zentren, wo die Beratungen nur ausschließlich durch qualifizierte Fachärzte durchführen. Dann haben wir natürlich noch den Faktor der Technologie. Und den Faktor, wie viel Zeit und wie intensiv bereitet man den Patienten auf eine Operation vor. Man kann natürlich eine Voruntersuchung sehr kurz halten und sehr unpersönlich. Und man kann dann wesentlich mehr Zeit investieren in die Untersuchungen, wie auch in die Aufklärung. Und dann in die Qualitätssicherung und die Betreuung nach dem Eingriff. Und das macht den Hauptunterschied. Natürlich, Sie können auch in ein Zentrum gehen, was wunderschön ist. Und in ein Zentrum, was normal ästhetisch schön ausgestattet ist. Das ist natürlich auch ein großer Faktor. Das ist natürlich auch ein kleiner Faktor. Dann wird das Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino-Kino. Vielen Dank.